willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und der global war am wochenende wieder hier als sehr global hatte hier einzug gehalten bei clash of clans und vielleicht ist das doch nicht so dolle mit dem mikro hier wenn ich das von vorne habe dann habe ich immer so den halben arm bei mir drin ist vielleicht doch nicht so prall und ja der global war ein bisschen zurück also es gab hier ein bisschen ich will nicht sagen gerade biefe aber es gab hier halt so ein bisschen und stimmigkeiten was einige angriff strategien angeht vor allen dingen von leuten wo mir das auch nicht aufgefallen ist also letztendlich unterm strich muss ich sagen ziehe ich mir den schuh selber an denn es ist mir nicht wirklich aufgefallen dass wir im oberen bereich ein etwas geraschten account hatten und der dann im unteren bereich die basis weg macht wo war es denn jetzt eigentlich was war denn hier so schlimm oder was in dem oder in dem ich gucke jetzt mal ich muss jetzt gucken okay die 26 war es der also immer so ultra tief angegriffen hat und also nach der gemacht hat ich habe es ein bisschen zu spät gesehen muss ich sagen und ja dann auch noch mit seiner unmöglichen kombination aber ich meine offen rathaus 12 auf dem rathaus 8 das geht eigentlich gar nicht egal ob der zwölfer jetzt 195 truppen hat also der hat armeestärke nicht mal rathaus level 7 und von daher kann ich konnte ich den unmut meiner leute hier ein bisschen verstehen geht eigentlich gar nicht auch wenn es wenn man ja mit solchen accounts nichts anders machen kann aber letztendlich wie gesagt müsste ich mir das eigentlich selber anziehen weil ich ab einem gewissen punkt nicht mehr darauf geachtet habe wen ich ja eigentlich einlade tatsächlich und das tut mir natürlich ein bisschen leid für die leute dann gab es ein bisschen blieb ich habe dann auch ein bisschen mit mitgemacht muss ich sagen ich musste einfach einfach sagen leute lasst uns einfach den mund halten nicht mehr darüber nachdenken ich kann ich kann ihn eh nicht stoppen ja ich konnte ihn eh nicht stoppen und beziehungsweise was heißt nicht stoppen schwieriger ck hier sehe ich gerade ok ich konnte ihn eh nicht stoppen denn der hätte jetzt einfach so weiter gemacht aber letztendlich sind wir dann zwei oder drei leute rausgegangen die zwei waren es eigentlich tatsächlich und waren aber ein und derselbe account also auch nicht so so großer verlust jetzt ich meine wir müssen den verlust jetzt kompensieren vielleicht ist auch gar nicht so schlimm denn ich hatte ein bisschen sorge dass wir aufsteigen und ich glaube wir steigen hier leider auf mit totus bande was natürlich vielleicht nicht so gut ist weil die nächste saison sieht dann auch schon wieder ganz anders aus und die jetzige hier ich glaube wir können schon gar nicht mehr nicht aufsteigen da müssen wir wahrscheinlich die nächsten drei tage gar nicht mehr angreifen damit wir nicht aufsteigen und naja ich kann den unmut verstehen es war da ein bisschen was los im global und das und der der oberhammer war dann eigentlich dass diejenige person dann auch fragt warum gehen denn die leute hier raus und da konnte ich mich auch vor lachen leider echt nicht mehr im sessel halten aber vielleicht war es auch noch ein bisschen umutrolle hier kann ja auch sein der ein oder andere will sicherlich den ein oder anderen auch ein bisschen rumtrollen und also so haben wir das jetzt ein bisschen nah nicht vermutet gehabt aber wir haben schon gedacht naja vielleicht gibt es auch leute die wollen obwohl ich kann es mir nicht vorstellen dass sie mich jetzt nur verarschen wollten weil die haben ja die ersten zwei cks relativ gut mitgekämpft jetzt habe ich denjenigen dreiständer garant natürlich dann auch entlassen also wirklich die bank hier im ck rausgeschmissen der der eigentlich immer ganz sicher seine drei sterne holt allerdings zum unmut aller anderen und deswegen wollte ich nicht noch mehr hass schüren hier und habt den denjenigen dann auch entlassen unerhaft natürlich weil so hatte das dann auch kein zweck mehr und ich konnte es mir auch selber nicht mal angucken aber wie gesagt ich habe auf einem gewissen punkt nicht mehr hingeguckt wer hier eigentlich in den clan kommt oder kam nächstes mal bin ich halt auch schlauer man wird halt auch immer schlauer durch seine aktion die man dann hat und wenn wir dann nächstes mal nur 28 sind und dann kommen so eine gurken hier rein dann spiel mal nur 15 nach bevor war wieder bevor wir wieder so ein drama hier lostreten aber schön gemacht die vorige oder vom ich wollte jetzt gleich mit euch auch ein bisschen live angreifen hier im rathaus 10 bereich denn da haben wir ja da haben wir viel gesehen also wochenende gab es ja keine videos dafür gab es aber extrem viel live stream ja was heißt extrem viel ist gab ein bisschen live stream und jetzt habe ich auch es exakt über weit über eine woche am stück mittlerweile gestreamt aber bei meintwitch erfolg tut sich irgendwie gar nichts ich habe sieben tage am stück gestreamt und trotzdem steht da immer noch 21 von 25 unterstand vor sieben tagen auch schon da irgendwas stimmt damit nicht nicht mit der mit der zählung es gibt ja so den ein oder anderen kleinen erfolg aber okay wir wollen erst mal die bande hier los schicken zum fahren also so geht das hier bei mir eigentlich immer ganz ganz piano los das heißt ich habe meistens ein oder zwei armeen fertig mit denen ich auch angreifen könnte in zika mit der kann ich auch angreifen würde ich würde ich jetzt mal so sagen und deswegen habe ich immer halt eine bande hier die ich ein bisschen verfeuere und eine bande mit der ich dann in die indice ksg in die laufenden meistens passen die angriff strategien so so ultra flexibel am halte ich sie jetzt nicht so den nehmen wir mal eben da in die pflicht und ich kann mir vorstellen dass wir hier springen je nachdem das kampf holz geht schon wieder ein bisschen weit durch das kampf holz geht schon wieder ein bisschen weit durch hier hinten ist aber noch ein king dem müssen wir in jedem fall ein bisschen giften so was habe ich hier drin gehabt weil küren oder bola ich glaube es waren eher die bola so dann nehmen wir die auch noch mal in wo die doppel wo außen geht die queen ist noch zündbar dann kann ich hier mal meine drei magie ersetzen von hinten dass da die der vielleicht noch mal abgelenkt ist wird sie aber nicht allerdings kommt meine queen müsste eigentlich jetzt überall dran kommen wenn die doppelkanone jetzt nicht darauf schießen würde kommen aber auch wird eine ganz enge sache die hexen schaffen das aber da hinten auch noch perfekt und da ist die lücke sowieso auf das heißt wir sollten hier wenn der minenwerfer sich jetzt nicht entscheidet woanders hinzuziehen okay der hat trotzdem auf die hexen gezielt aber egal warum war man griff an der stelle und den brauche ich immer nach ich habe jetzt ein bisschen was luft und ich habe hier noch verdammt heißen kaffee bisschen kampfnahrung muss immer sein und dann holen wir jetzt hier mal einen felsenwerfer würde ich sagen und ein paar ballons denn wir machen einen queen charge lalo im rathaus 10er bereich auf mein gegenüber glaube ich ja auf mein gegenüber mal sehen ob das funktioniert ich brauche ja ich muss ein bisschen klar ein plan tatsächlich ich muss tatsächlich ein bisschen klaren buch einplan 123 und meine helden sind natürlich noch ein bisschen low jetzt könnte ich sie ein bisschen pushen aber ich glaube ich mache das nicht mal sehen ob es nicht auch so funktioniert leute oder an tesla okay aber auch das ist nicht so schlimm so mal sehen ob die da nicht noch mal durchgehen jawohl gehen sie auch müssen uns da jetzt den helden schnappen der hält ist weg okay ich habe aber noch zwei so jetzt muss ich noch einmal die queen packen da jetzt müsste eigentlich gleich die klaren buch rauskommen wenn die queen jetzt noch einen schritt nach vorne macht macht sie jetzt auch sehr schön oder gefahr der gefahr suboptimal der gift war suboptimal deswegen geht es jetzt schon rein mit dem felsenwerfer mein king mein king habe ich gar nicht geschickt leute okay ich habe mein king gar nicht geschickt ich muss jetzt mal eben sehen wo ich hier die weiteren zauber eigentlich rein schicke beziehungsweise mein mein eil so der muster an den flächen schaden luftabwehr felsenwerfer geht aber noch gut mit hier die treibt jetzt ein bisschen nach außen ich muss wahrscheinlich gleich so ein bisschen hier den den multi riesen die gehen da nur am rand rein oder eine die gehen auf den x bogen okay das sollte nach adam riese eigentlich passen ich zünde mal den king dass ich ein bisschen mehr truppen im feld habe queen ist noch da wo das wird eng ja 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 okay das wird das wird eine enge kiste ich muss auch die queens in 59 sekunden nur das ist ein bisschen wenig aber king geht nach außen und so ein paar trocken hier auch weil hier in die lager könnten jetzt noch mal ein bisschen dusselig werden aber die sind auf dem weg nach der queen hält noch durch ich habe nur ich nehme mir mal nur vier heiler mit das muss reichen das reicht auch also im rathaus 10 bereich und der der am anfang stehen geblieben ist steht jetzt immer noch nennt sich magertum ist jetzt aber auch weg drei sterne hier für den toti perfekt naja perfekt war das jetzt nicht aber es war in ordnung und wir können diesen klaren klick auch nicht mehr gewinnen das ist vielleicht auch ganz gut so aber ihr seht selber 3 16 der erste 274 und 204 gegen die wir gerade spielen das heißt auch wenn wir den verlieren kommen die nicht mal annähernd an uns ran und die nächsten runden sind dann clash of der 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 jetzt muss man gucken drei hart wird der letzte ck werden und alle anderen sind sowieso unter uns also da erwarte ich jetzt auch nicht so ultra starkes wenn ihr wieder ein bisschen mehr aus den anderen klar kriegen sehen wollt also deutschland free to play herausforderer dann kommt ja wieder in die live streams rein denn wir machen ganz fröhlich natürlich heute am montag weiter ich hoffe ihr hattet erst mal ein cooles wochenende und habt einen coolen start also kommt in den global hier beim toti findet er in jedem fall in irgendeiner weise immer statt ob im chat oder hier im in game chat aber es hat sich der danach auch muss ich sagen so ein bisschen beruhigt hier ja es hat sich ein bisschen beruhigt hier und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut dass ich dort am wochenende was getan hat okay haben wir zwei drei leute verloren aber das werden war irgendwie durch gute angriffe habt ihr gesehen kompensieren wenn euch die folge ganz gut gefallen hat dann lasst meinen daumen nach oben da unten abonnieren nicht vergessen und am kanal dran bleiben ich wünsche euch wie gesagt eine coole woche bis dahin ciao ciao euer toto clasht